so für das anzünden einer zigarette hat es gereicht für das machen einer mahlzeit nicht weil ich habe mir gesagt ich mache jetzt hier kein quer cut irgendwie rein ich mache einfach weiter und wenn ich dann hier fertig bin dann wenn wir immer noch über das mahlzeiten machen nachdenken dann mache ich mir nämlich auch was größeres und nicht nur so ein blödes zwischen im bis jetzt das muss nicht sein wenn dann er sich dann richtig und ich meine sitzt auch gerade eine blöde uhrzeit ist 10 uhr 15 gleich weiß ich nicht ist kein frühstück ist kein mittag so das machen wir noch weg hier nach kacke blöder hätte es jetzt nicht sein können das ist ja jetzt hier ich meine es galen weiß gar nicht wie jetzt hier lyk kommen kann es richtig Так S understand das ist natürlich jetzt mehr als blöd weil ich nicht war es ja gut hier sind noch mehr davon drunter da kann ich ja dann hier auch keinen sand hinlegen liegt er dann automatisch ins Wasser. Muss ich wieder eine künstliche Zwischenwand reinziehen. Ganz lustig übrigens, dass wenn die Blöcke jetzt so nach unten fallen, dass es auch so ein Wassergeräusch dabei gibt. Das gab es früher glaube ich noch nicht. So, warum habe ich bloß die Prioritäten wieder umgesetzt. Wieso habe ich gesagt, Minecraft geht jetzt vor dem Essen. Mein Magen, der killt mich. Das ist Wahnsinn. So ein Hunger gerade da. Wahnsinn. Fabulos. So. Minecraft kann mich auch nicht mehr leiden. Ruckelt mehr als es soll. Soll eigentlich überhaupt nicht ruckeln, aber okay. So. Also, künstliche Trennwand. Ja, genau so. Genau so. Bau das Zeug wieder hin, was du gerade eben weggehackt hast. So machst du die Spitzhacken zur Schnecke. Und du hast keine Diamanten. Was macht der denn? Einen Block. Nicht zwei. Egal. Irgendwann sind wir ja auch mal fertig damit. Das Spiel will mich echt zum Narren halten hier. Weil da unten liegt das ganze Zeug natürlich drin. Auch wieder blöd. Ich weiß nicht, ob ich das mal irgendwann brauche. Ich glaube nicht. Sandstein haben wir momentan keine Ambition. Andererseits, wenn ich es mal irgendwann brauche. Ach komm. Katze, was machst du denn hier schon wieder neben mir? Die liegt ja mal auf der Heizung. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn die aufsteht, da krabbelt die ja meine ganzen Unterlagen. Die auf der Heizung liegen. Scheiße, das geht ja gar nicht. Ich kann mich ja nicht nach oben bauen im Wasser. Muss ich erst so machen. So. Ja, genau. Gut, also Sand ist jetzt nicht so wichtig. Wenn der da mal nach unten fällt, dann brauche ich jetzt vielleicht doch nicht so sehr. Und wenn, dann haben wir ja genug davon. So. Ja. Füllen wir das ganze Randgemach wieder auf hier. So, jetzt kommt wieder allmorgendliche Froschemals durch. Ich höre dann wirklich auf. Weil wenn ich ja anfange, die ganze Aufnahme wieder nur rumzukrächzen, wie damals, als wir das Kirchendach gerade bauen wollten. Ne. Das war fürchterlich. Könnte ich mich heute noch darüber aufregen. Eben. So. Noch mal ein paar modesten schnellflatschen hier. Ähm. 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 So, und da vorne sind noch ein paar. Spring! So, erledigt. Ja, die Eisenschaufel, die werden wir jetzt mal so weit ausschöpfen wie möglich. Dass wir das hier auch nochmal weg machen können, ein Stück weit zumindest mal. Eigentlich sollte ich das nicht so machen, wie ich das hier die ganze Zeit mache. Weil, wenn doch mal wieder so eine unterirdische Höhle kommt, wie gerade eben, dann bin ich wieder da unten. Und am nächsten Mal ist vielleicht kein Wasser drunter, sondern ich stürze ab und breche mir das Genick. Oder zumindest die Beine. Okay. Da sehe ich schon, ist auch wieder Wasser. Was ist das denn? Das geht doch gar nicht. Schau mal auf, ich würde jetzt so lachen. Ich nehme jetzt den Block hier weg und der bleibt da oben hängen. Ja, sicher. Das ist Sand, Junge. Du musst runterfallen. Hä? Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt hier eine Fackel oben drauf baue? Ach, da fällt er runter. Ha, da war zu schwer die Fackel. Das ging nicht. Der Sand kann in der Luft schweben, aber sobald ich eine Fackel drauf baue, ist zu schwer. Er fällt runter. Klar. Ja, gut. Minecraft-Logik. Hashtag. Okay, jetzt ist die Schaufel weg. Na, das Stück mache ich jetzt noch. Das lasse ich mir nicht nehmen. Dauert zwar ein paar Sekündchen länger immer. So, und dann würde ich sagen, das machen wir dann erst mit der Schaufel weg hier, weil das ist doch noch ein bisschen mehr. Mache ich mir jetzt nicht mehr die Hände schmutzig. Die sind ja eh schon dreckig. Okay, die Beine. Okay, da gehen wir aber wieder zurück ins Lager. Holen uns noch ein paar Schaufeln, beziehungsweise müssten wir vielleicht sogar mal wieder ein paar herstellen. Das wäre auch keine schlechte Option. Das hier könnte jetzt so langsam mal grün werden. Aha, geht los da hinten. Gut. Ich weiß gar nicht, ob wir da vorne auch noch zwei Fenster reinbauen sollten in die Kirche. Oben das Glas müssen wir auch noch machen, habe ich auch noch gesagt. Und Jungsverlust. Falsch. Falsch. Okay. Bisschen Cobblestone, naja, kommt dann wieder in die Hölle. Kohle. Und dann könnten wir eigentlich mal ein bisschen Eisen mitnehmen. Eisen war hier. Das könnten wir noch einschmelzen gehen. Dazu brauchen wir natürlich doch wieder Kohle. Und ein bisschen Eisen nehmen wir mit, genauso wie ein paar Stöcke dann. Fortschritten Metalldurgie. Aha. Nice. Haben wir noch Stöcke. Holzkiste irgendwo. Hier. Und dann bauen wir ein paar neue Schaufeln. Aber dann auch erst in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Bis dann.